Jo Leute, damit willkommen mal wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Wir schauen uns heute an, was in den Shop einkommen wird. Da gehen wir auch direkt schon mal drauf, denn der ist in knappen 10 Sekunden da. Es gab gestern ein neues Spinnpaket und wirklich einen riesigen Shop mit sehr, sehr vielen Sachen. Und ich denke mal, die werden hier alle bleiben. Und ich würde sagen, wir schauen direkt mal. Kosmischer Sommer war unten da, von der Farm war noch da, Cowboys ist noch da. Giltens Spinnpaket ist auch noch hier, okay. Darüber, lass eine Party steigen. Diese ganzen Partysachen wegen dem neuen Konzert sind auch noch am Start, okay. Das sind die täglichen Sachen und darüber gibt es auf jeden Fall, oh, ein neues Paket. Okay, goldener Sandpaket. Fangen wir auch direkt mal mit an. Hier gibt es den Midsommermidas, also den Midaskin in einem Sommerlook. Auch hier mit Tattoos, okay, krasser Skin. Sieht schon mal sehr, sehr nice aus. Hat hier ein Rückenteil, ein Skibord, okay. Auch cool gemacht und dann gibt es hier noch eine Hacke. Und die sieht cool aus. Also ich muss sagen, das Paket ist nice. Okay, 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 noch ein Ladebildschirm dazu für 2000. Cooles Paket. Stilvorschau, ah, man kann alles hier wirklich noch einzeln anpassen. Das ist sehr, sehr cool. Muss ich sagen, nice gemacht. Das Rückenteil auch noch mal weitere Stile. Okay, nice, cooles Paket. Auch noch mal hier einzeln kaufbar. Ansonsten darunter gibt es hier nochmal den Wolfkäppchen-Skin zurück mit dem Schild als Rückenteil. Dann gibt es einmal noch hier diese Hacke da zurück. Und es gibt auch noch die Lackierung. Alles 35 Tage her. Dann gibt es noch Gewitter zurück mit dem Rückenteil hier. Dann gibt es noch die Blitz, die für den Preis sehr, sehr nice ist. Dann gibt es noch die Hacke und auch den Geleiter. Alles hier mit der Lackierung nach einem Monat zurück. Das sind auch schon die vorgestellten Sachen. Wie immer könnt ihr gerne ganz kurz einmal den Code hier eingeben. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Vielen Dank und wir gehen schon zu den täglichen Sachen. Und hier gibt es einmal Finsterherz. Cooler Skin auf dem Rücken mit den Flügeln. Ist ja, glaube ich, damals auch von einem anderen Skin gewesen. Fällt gerade der Name nicht ein. Aber auch wirklich sehr, sehr nice. Heute nach einem Monat zurück. Genau wie die Schädelinie. Die ist auch nochmal zurück nach knappen zwei Monaten. Und auch der Skin ist okay. Hat hier noch Aufgaben. Dann kann man hier auf jeden Fall noch einen Stil freischalten. Ganz nice. Dann gibt es noch Seestock. Das ist wirklich sehr cool. Der zeigt einen coolen Move hier. Ich kann es noch mal zeigen. So, das ist sehr, sehr nice. Und dann schaut ihr hier rum. Also muss ich sagen, ist cool. Auch im Monat her. Dann verschwitzt. Ja, das passt immer gut zu den aktuellen Fortnite-Spielen, würde ich sagen. Und natürlich zur aktuellen Sommerzeit. Auch das im Monat her. Und ist genau Billy Bounce. Zwei Monate her. Und noch am Wasser gebaut. Knapp ein Monat her. Und der weint einfach nur. Der Rest, wie gesagt, geblieben. Also wirklich verdammt viele Sachen. Lass eine Party steigen hier. Darunter gilt, wenn es spinnt. Dann Cowboys von der Farm. Kosmischer Sommer. Und hier unten die Pakete. Also wirklich immer noch ein riesiger Shop.